Alles fliegt hier um die Ohren. Du machst irgendwie jemandem ein Bonbon irgendwie und 30 Minuten später ersteckt dann in dem. Ich war früher ein Lehrer. Und ich erinnere mich, was es ist, in der Mitte von zwei Klicken zu beobachten. Ich glaube, dass sie bald ein Klassiker finden. Es kann ein wenig Zeit dauern, aber das ist nur so, wie diese Dinge funktionieren. Alles wird gut. Ja, aber wir brechen mal auf hier auf. Nein, nein, du musst bleiben. Wir müssen weitergehen. Clementine, in diesem Weltall musst du nichts machen. Sie sagen, der Welt ist vorbei, aber ich erzähle dir ein Geheimnis. Es ist nicht. Die Menschen sind jetzt mehr politisch, als sie früher waren. In der Endeffektion, wir können nicht die Welt verändern. All wir können machen, ist es weiter lernen, zu lernen, zu empatieren und zu nutzen, zu nutzen, unsere Hände. Ja. All war ist ein symptom von Menschen, als ein Anwander zu denken. Steinbeck. Hast du ihn gelesen? Klar. Klar. Ich schwöre euch, Matthew ist Carver. Ich hab's im Gefühl, ich hab's im Gefühl. Ah, Leute sind uns auf den Schausen. Ah, ich weiß nicht, ich sollte so offen sein. Ah. Ich hab's im Gefühl, dass die Menschen uns auf den Schausen sind. Du bist sicher, jetzt. Du bist sicher. Du bist sicher, Matthew wird bald wieder zurück. Und alles wird gut. Hey, Kinder, was ihr zwei reden? Oh, politik. Was das? Was? Nicht aus Florida. Ich denke, dass du alles über die Politik kennt, Kenny. Ich weiß, dass ein Vorteil von leben in der Apokalypse nicht mehr mit diesem Schiff ist. Ich wollte nur die Fenster nach hinten sehen, bevor die Wälder aufstehen. Gib uns eine Hand? Klar. Miss? Wer bist du denn schon wieder? Hast du noch Essen? Bist du okay? Ich sah das Haus und... Ich habe eine Familie. Wir sterben. Wir leben da unten. Natürlich. Warum kommst du in? Diese... Bonnie. Walt? Ich weiß nicht. Wolltest du sie einfach in? Es ist gut, Kenny. Wir wissen nicht, diese Frau. Dann müssen wir es zu kommen. Warte, Clem? Walt? Wie viel Schmerz kann diese Waffe geben? Wir suchen sie nach Waffen. Checker für Waffen. Yeah. First move. Thank you. Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put, I'll be right back. So, der Mann der Vernunft ist weg. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? Nee, du musst dich jetzt hier eigentlich... I'm 11. I would've thought older than that. What soll das heißen? Move immer. Here you are, Miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clam, go inside and get to bed. Walt and I have to talk first. This game just wants us to be right. But... We'll be right back. 100%. What's that now? Look. What is... What is... Listen. I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walters' friend. That was Matthew. Nein! See, I knew something was off, so I asked you about that friend. Now they're all worried he's not back yet. No! For sure. Damn it. Damn it, Nick. Fuck. I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out? I won't say anything. Okay. Okay, good. Now, do you, uh... You still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. Yeah, with the other weapons. Okay. Well, go get rid of it. Now I'll find Walter and run interference. Oh. And, uh... Keep an eye out for Nick. I'm right here. What's up? Hmm... Oh, uh... There's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. We have to tell you something. Hey, if there's something going on, I want to know. Now, just go back to bed, Nick. I'm serious. You guys can talk to me. Komm, er ver... Verquatscht dich noch. Der ist halt scheiße. Oh, Jesus. Oh, God. Goddammit. Hey, Nick. Shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it. It's over. I have to tell him, Luke. What? No. You can't. You cannot do that. Are you fucking nuts? I got it. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but... I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You don't know, he'll do anything. Luke's right. You can't tell him. Listen to her. Okay? It's fucking crazy. Jesus. I can't handle this. Look, Clem. Just... Go do that thing. Alright? So, we... Warum sollen wir das jetzt erledigen? Warum sollen alle hier die Elfjährige machen? Ach so. Mit dem Messer. Okay. Okay. Das war jemand. Verstehe. Sie wissen es! Nein! Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Ja. Ich liebe es diese Lef. Gave sie zu Mathew als alles begann. Ich weiß, dass er tot. Wer hat das gemacht? Was das... Das Kind, was das Name... Nick... Ich hörte ihn vor kurzem, oder etwas über Schrauben zu schrauben. Ich weiß, dass er tot. Ich konnte es sehen. Ich konnte es sehen. Ich konnte es sehen auf seinem Gesicht. Ich war nicht sicher dann, aber jetzt... Wir haben nichts gemacht, dass wir mit dem Knopf gemacht haben. Wir haben es gefunden in der Schäcke. Ist... ist Nick ein guter Mann? Oder ist er einfach wie alle anderen? Er ist. Er ist ein guter Mann, Walter. Er hat meine Leben geholfen. Er war immer alleine. Ich sagte ihm, dass etwas wie das passieren würde, aber er nicht hört. Aber nicht mehr, wenn ich nicht mehr so sagen würde. Was passiert? Du musst ihm erzählen. Er hat ihn mit dem? Er hat ihn mit dem? Er hat ihn mit dem Kumpel. Er hat mich, was du gemacht hast. Er hat mich, dass du es geschafft hast. Er hat mich, was passiert. Von der Flüge sah es die Leute. Ich dachte, er wird meine Freunde schießen. Ich habe meine Freunde, und ich... Ich schraubte Matthew. Aber es passiert sehr schnell. Ich wusste nicht, ob ich ihn schraubte, aber ich schraubte. Und ich wollte nicht. Du weißt, was du getan hast? Du hast keine Idee? Ich wollte nicht. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry, Walter. Aber dann wird es wahrscheinlich... Oh, er hat es fertig geliebt. Ah! Ja klar, wir müssen ihn doch sichern. Ach man, Walter. Erinnert mich so ein bisschen an den Spacey Kevin. So, optisch. Was war das denn? Verdammt! Der Transformer muss gehen. Du musst es checken. Ich könnte eine Hand benutzen. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Nein! Es ist zu gefährlich. Der Rest von dir, mach das Ding ab. Unser Glück, dass er nicht so hitzköpfig ist. Absolut, Mutti. Aber, also, ja, als Mann, der vernunft, irgendwie... hoffe ich, dass er nicht so bleibt. Und ich trage mich wirklich, was die Gruppe gemacht hat. Irgendwie, damit wir fünf Tage lang verfolgt werden. Okay, wir schauen dir zurück. Lass nicht die 11-Jährige rumfummeln. Was ist los mit euch? So, machen wir erstmal Licht an. Und, wir brauchen einen Schlüssel. Ne, so, Stopp-Taster. Notaus. Funktioniert nicht. Ist ja wunderbar. Ist ja toller Notaus-Schalter. Schön. Nimm mal den Schlüssel rum. Hm, das können wir mit ihm jetzt noch machen. Zack. Zack. Okay. So, wir haben jetzt drin keinen Strom mehr. Heißt also, irgendwas kann dunkel sein, irgendwas kann passieren. Wo ist Walter? Wo ist Nick? Nick ist hier. Wo ist Walter? Oh je, ich traue nach. Da kommen sie. Wir haben nicht viel Ammunition. Wir müssen zurück zum Schlüssel. Die dürfen doch nicht so viel rumballern, ey. Durch mal ne schöne Axt. Sag dich und erschoss. Was? So. Nehmen wir mal hier. Was ist denn los? Achso. Oh, achso. Verstehe. Ja, na klar. Super. Na, das wird doch nicht. Alter, Astreiner Headshot. Der war jetzt eher daneben. Na toll. Ja, ist alle. Ist vorbei. Oh, es kann ich weg. Hm. Ich hätte mich jetzt nicht wegbewegen können. Probieren wir nochmal. So. Lass mal ruhig ein bisschen näher kommen. Für einen sicheren Headshot. Für einen sicheren Headshot-Tack ist das. So. Nächstes Ding. Kann ich dann irgendwie anders... ...handeln? Besser Position suchen. Irgendetwas in der Richtung. Wart ich's los bin jetzt. Ja, und schon. Ist jetzt wieder... Kann doch nichts machen. ...Hm. Hm. Hm, 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 hm. Gut, ich werde jetzt bei dem ersten Zombie wesentlich länger warten, dass ich halt noch eine Kugel mehr habe. Und dann muss ich wahrscheinlich... ...ansteine anfangen nach rechts gehen. Probieren wir mal. Ah. So. Selbe Position. Einen Schuss weniger benutzt. Okay. Ich würde es jetzt einfach mal ein bisschen näher kommen lassen. Damit sie halt garantierte Heshots macht. Ja. Was ist denn das für eine... Du kannst auch nicht noch nachzielen irgendwie. Also frei nach dem Motto, jetzt schießt du so aus der Hüfte. So, dann probieren wir das noch mal rechts am Stein vorbei irgendwie und dann drunter durch. So. Und einmal da hin, bitte. So, jetzt ist der Typ aber hinter mir. Hm. Vielleicht muss ich bloß drei Zombies töten, wenn wir es. Wir probieren es. Ja. Ja. Okay, wir schaffen das. So, einmal verkrümmeln bitte. So, kann ich denn von hier noch irgendwo anders hängen? Dezenter Positionswechsel. Ne, sieht nicht so aus. Ach, nicht doch. Nein. Also kam definitiv nicht genug Patronen für alle Zombies, die da kommen. Oh, Gott. oh Komm, hör doch auf, Alter. Hör doch auf. So, habt ihr heute noch was vor? Könnt ein bisschen länger dauern hier, glaube ich. So, hab's im Gefühl. Jetzt wird's was. So, wie geht's das? So, wie geht's das? So, wie geht's das? Ach, leckt mich doch am Arsch! Okay, wir werden hier rettet. Oh! Auf, sind wir hier gefallen. Ah, okay. Wir haben das Gewehr verloren. Nja! Nja, das wird doch nischt. Es wird doch nix! Ja! Oh, ja. Starker Rückstoß. Starker Rückstoß. Starker Rückstoß. Messer! Los! Jetzt krieg ich das! Da! Hast du! Du Schwein! Komm! So, Messer ist so viel persönlicher. So, wer ist jetzt dran? Nick! Oh, don't do this water! Er hat ihn so ja gerettet. Er hat ihn so ja gerettet. Er hat ihn gerettet. Das ist Größe. Clem, geh inside! Go! No! Alter! Oh, nein. Und die haben auch noch automatische. Na, das ist ja klasse, Alter. Die kommen jetzt mit voll automatisch laufen. Wir sind am Arsch! Oh, nein. Natürlich gehört sie zu denen. Hallo, Leute. Wo ist Rebecca? Carver. Heißt... Ach. Sarah ist wahrscheinlich Rebecca. Dad! Sarah! Oder doch nicht. Die sein. Wer bist du, Schnösel? Rebecca ist... Ach, Rebecca ist die Schwangere. Ah, okay. Ja... Ich sag ja, das Spiel bestraft dich. Okay. Aber Clemmy haben sie noch nicht entdeckt. Ist ja nur dein Pfarrer der Zeit, bis ich es verkacke. Wie war es denn? Füße? Wie war es denn? Füße? Wie war es denn? Füße? Ich hab' ein Schmuck. Das ist verdammt. Es ist verdammt. Bill hat ihn verliebt. Und nun könnte der Rest von ihnen irgendwo sein. Mann, wie verdammt werden wir diese Leute auch zu schaukeln? Nicht knarzen, bitte. Nicht knarzen, bitte. Nicht knarzen. Johnny, schau dir das Schmuck an. Entschuldigung. Nein. Und jetzt wissen wir Glück, von wem das Kind ist. Hm, das ist halt bloß die Frau, bis jetzt jemanden hochschickt. Na. Wer ist dieser Typ, ey? Ich hab' ein Schmuck. Ich hab' ein Schmuck. Ich hab' ein Schmuck. Wo ist Rebecca? Sarah, schau' ich. Es wird gut sein. Ah! Rebecca! Rebecca! Meine Baby ist erinnert, in einem Ort der Sicherheit. Ich weiß, dass du da bist. Elvin, Luke, und die Frau. Das ist echt einfach. Du willst das schnell, schnell. Du all play'n gut. Und schau' deine Gesichter. Mein Vater, bitte. Oh, shit. Er wird ihn töten. Nein, Alvin. Wir müssen nach unten gehen. Ich kann das nicht machen. Zurück. Der Baby. Du brauchst einen Doktor. Nein. Wo ist Logan? Kenney? Wie soll ich wissen? Wir müssen rausgehen. Wir müssen hier rausgehen. Wir müssen hier rausgehen. Clem kann fitten. Du hast ihn gehört. Er weiß, dass sie hier ist. Clem kann fitten. Fine, Luke. Was soll sie machen? Und du hast ihn gehört? Carver weiß, dass sie mit uns ist. Just stopp! Don't hurt my dad. Please. We're going down here. He'll kill you. Fuck you. Shoot him! Somebody just shoot him! Clem, go get help. He'll kill him back. He'll do it anyway. You don't know that. I'll find Luke and Kenny. Stay here! We're going down here. We're going down here. I hope I don't... 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 Let's see if I can get your attention. He'll kill him. Ah! Oh, bitte nicht! So. So. Ich hoffe, die haben nicht noch Wachen draußen. Clam! Kin. Sehr gut. Du Kin. Oh... Oh... No... 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 Oh, Gott. Oh... Oh... Ah, Finger... Finger können sich wieder richten lassen. Es ist beschissen, aber... Was? Kann ich mir das vorstellen. Gut, alle leben noch. Das ist gut. Es sieht aus, dass sie alle haben. Wer sind diese Leute? Können wir sie nehmen? Ich habe einen ziemlich klaren Schuss. Nur ein bisschen nach links. Nur ein bisschen nach links. Also... Dreieckhäschen einjagden wir ja. Never ever. Nicht gehen! Shit, Kenny, ey. Warum? Oh nein. Also Walter wird er erschießen. Er wird ihn erschießen. Und er hat ihn erschossen. Was? WALT! Oh mein Gott! Das ist für unseren Mann. Jetzt wollte ich das nicht machen. Aber du hast mir keine Auswahl. Also hier ist was wird passieren. Ich werde einen anderen von deinen Freunden hier und ich werde ein Blatt in die Hände legen. Oder du kannst jetzt aufhören. Deine Auswahl! Was? Ach, Kenny. Der TV liegt noch da drüben, ne? Ach, nein. No! Was? Was denkst du? Clam! Ich habe einen Schuss! Nicht schießen! Was? Nicht schießen! Was? Er wird ihn töten! Wir können nicht nur aufhören. Kann er? Er wird immer weiter tun. Er wird immer weiter tun. Denkst an Sarita. Wir kommen raus! Wieso denn Rui? Er weiß nur von dir. Warum... Ach, Clemmy, warum... Wie isst du denn jetzt noch mit? Wo ist Luke? Ich bin ja schon mal froh, dass er keinen und keinen Baseballschläger mit Stacheldraht rum hat. Ansonsten wäre die Sache noch beschissen worden. Aber du bist jetzt sicher. Wir gehen nach Hause. Als Familie. Wir gehen nach Hause. Glauben Sie das? Wir gehen nach Hause. Es ist gut, was wir machen. Wir gehen nach Hause. Das war Episode 2. Oh, krass, gefoltert. Und da kommen sie alle. Oh, krass, gefoltert.